So, herzlich willkommen zur Sprechstunde Altona, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend, trotz dessen, dass es ein, glaube ich, ganz schöner Abend draußen ist, mit bei uns dabei sind. Wir heißt, Sie haben heute die Situation, dass Sie nicht nur einen Experten hier haben, sondern dass wir zu zweit sind. Mein Name ist Dirk Arnold. Ich habe das Vergnügen, die Asclepius-Klinik hier in Altona in der Fachabteilung Hämatologie und Onkologie zu leiten. Und ich bin begleitet von Dr. Maike Collien, die im Bild zu sehen ist, die vor einem schönen Blumenstrauß sitzt. Das heißt, sie sitzt nicht bei uns im Studio in Altona. Sie ist aktuell auch nicht in Altona bei uns. Sie ist Oberärztin bei uns an der Klinik, aber aktuell ein Jahr, ein Forschungsjahr bei der EORTC, das heißt bei der Europäischen Krebsforschungsinstitution in Brüssel, wo sowas auch hingehört. Und Frau Collien hilft sozusagen mit, das, was wir uns heute vorgenommen haben, nämlich Ihnen moderne Therapien, modernes Management von Krebserkrankungen mit Ihnen nahezubringen. Und wir werden das in zwei Wegen tun. Wir werden zuerst vielleicht einen kleinen Teil einer Anfangsmoderation machen, das heißt einer Einführung, wie, was ist denn eigentlich Krebsmedizin, die moderne Krebsmedizin, wie kann das funktionieren? Und Frau Collien wird übernehmen und sagen, mit welchen Medikamenten können wir heutzutage Krebs behandeln? Und dann kommt der zweite Teil, der gehört natürlich Ihnen. Das sind die Fragen und Antworten, die Sie im Chat eingeben können. Und ich würde Sie bitten, das jetzt auch schon zu tun. Das heißt, wenn Sie während des Vortrags schon Fragen haben, geben Sie die ein, schreiben Sie nicht auf den Zettel, sondern schreiben Sie die gleich in den Chat und dann können wir das in unseren Vortrag mitverwenden und haben das dann gleich mit dabei. So, das war jetzt schon fast zu viel der Vorrede, weil wir noch so viel vor uns haben. Und jetzt, glaube ich, starten wir mal mit ein paar Eindrücken oder ein paar Ideen. Wie sieht denn die medikamentöse Behandlung von Tumorerkrankungen in der Zukunft aus? Und da lassen Sie mich sozusagen mit der ersten Frage überhaupt schon starten. Und die erste Frage ist, wie bauen wir das dann auf? Wie bringen wir das Ihnen bei? Und jetzt freuen wir uns, dass Sie, hoppala, das war jetzt ganz am Ende. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sondern darf nur hier hindrücken. Die Frage ist, was geben wir Ihnen sozusagen heute mit? Und das ist die Agenda, die wir heute haben. Also erstens, das ist Krebs. Was ist Krebs? Das ist Krebs, werden wir erklären. Zweitens, wie sehen dann die molekularen Therapiestrategien, also die zielgerichteten Therapiestrategien heute aus? Und drittens, das ist die Zukunft. So wird das in der Krebsmedizin weitergehen. Das ist Krebs. Nun, Krebserkrankungen sind generell auf dem Vormarsch. Und Krebs ist, wenn wir heute darüber sprechen, ein Thema, das wir aus der Perspektive von rechts, von diesen rechten Inzidenzen angehen. Das sind sozusagen die sehr entwickelten Länder, die Industrieländer. Aber Sie sehen auf der linken Seite, Krebs ist auch ein Phänomen mit dem deutlichen Anstieg von relativ plus 96 Prozent, also einer Verdopplung der Krebsraten, die in den nächsten Jahren in Entwicklungsländern erwartet werden. Und Sie sehen, dass wir eins mit den Entwicklungsländern gemeinsam haben, nämlich wir haben Anstieg der Krebswahrscheinlichkeit und die anderen Länder haben das auch. Es ist ein globaler Trend und in dem globalen Trend müssen wir natürlich gucken, warum sind Krebserkrankungen auf dem Vormarsch? Und wie gesagt, was können wir therapeutisch da tun? Jetzt dann die Frage, wie funktioniert denn Krebs? Und ich will Ihnen sozusagen das vielleicht so erklären, wie das in den letzten 20 Jahren die Biologen uns verstehen gemacht haben. Nämlich, das ist so ein bisschen das Modell, das wir ganz früher hatten und gesagt haben, naja, Krebs ist ein ungeordnetes Zellwachstum. Irgendwo würden die Zellen auch absterben, die Krebszellen. Auf der anderen Seite würden sie wachsen. Normalerweise hält sich Wachstum und Absterben in der Balance. Wussten Sie das vielleicht überhaupt, dass wir jeden Tag an Krebs erkranken, dass wir jeden Tag Krebs produzieren, dass wir Zellen haben, die zu Krebszellen werden. Aber normalerweise schafft unser Immunsystem, das auch die sehr gut zu kontrollieren, wieder absterben zu lassen. Und einmal, wenn diese Kippe, diese Waage aus dem Gleichgewicht gerät, dann leiden wir an Krebserkrankungen und dann sozusagen finden Krebserkrankungen statt. Und das frühere Modell, das ist so ein Modell, das noch vor vielen Jahren sozusagen Krebs alleine erklärt hat, geht davon aus, dass man sozusagen eine Zielzelle hat. Das ist diejenige, die am Anfang des Ganzen steht, dass es Tumorinitiatoren gibt. Also das heißt, irgendwas löst da eine Veränderung aus. Und dann kommen immer weitere Schritte und weitere Faktoren von außen oder von wo auch immer, die dann diese Krebsausbreitung und Metastasierung begünstigen. Also eine Mehrschritthypothese. Es ist nicht nur ein Schritt, es ist nicht nur eine Veränderung, sondern es müssen mehrere Veränderungen hintereinander sein. Die müssen hintereinander stattfinden und nur dann durch innere und äußere Faktoren kann Krebs überhaupt entstehen. Und dieses Konzept ist wichtig zu verstehen, wenn wir heute über moderne Therapien sprechen, weil nur eine Tumorzelle oder ein eindimensionales Modell, das könnte man auch sozusagen eindimensional erklären. Nämlich wenn eine Tumorzelle da ist, die da nicht hin sollte, dann sollte man vielleicht ein Medikament finden. Hier steht auf der linken Seite dieses Bild Chemotherapie, dass das eben eliminiert. Aber auf der rechten Seite sehen Sie schon, wie komplex das Krebsverständnis heute ist. Und das macht klar, dass wir eben nicht nur ein Medikament haben, das diese Zellen zerstört, sondern dass wir den Tumor als Funktionssystem haben. Und das werden wir Ihnen mit ein paar Beispielen erklären, was das denn heißt, damit Sie einfach auch gut nachvollziehen können, was denn Krebs ist und warum diese verschiedenen Medikamente an verschiedenen Stellen ansetzen. Jeffrey Weinberg ist ein extrem intelligenter Molekularbiologe. Und der hat sozusagen sich diesem Phänomen, was Krebs ist, zusammen mit Doug Hanahan, einem anderen amerikanischen Wissenschaftler, eigentlich in den letzten 25 Jahren besonders gewidmet. Und die Kollegen haben versucht, uns schematisch begreiflich zu machen, was denn Krebs, wie denn Krebs in diesen verschiedenen Mechanismen er denn entsteht und er sich denn ausbreitet. Und ich will das Ihnen an diesem Rat, das Sie hier sehen, an drei oder vier Beispielen erklären. Und dann nicht alle zwölf oder vierzehn werden wir durchhaben. Zehn haben Sie auf dieses Rad draufgebracht. Vierzehn haben Sie inzwischen formuliert. Vierzehn Prinzipien, die Krebs zum Krebs machen. Und damit Sie sehen, wie unterschiedlich denn diese Faktoren sind. Und dann ist auch klar, warum wir so viele unterschiedliche Medikamente brauchen. Und ich will mit dem da oben anfangen. Das ist auf Englisch. Und das heißt, irgendwo bekommt die Zelle Signale, dass sie sich teilen soll. Und irgendwie schafft sie es, der Überwachung des Zelltods zu entgehen. Und wie sie Signale bekommt, das sind sozusagen hier so ein Beispiel in diesem Cartoon, in dieser Zeichnung. Das ist eine, das Blaue ist eine Tumorzelle. Das Grüne da drin ist der Zellkern, das Innere der Zelle. Sie sehen so Pfeile, das sind Signale, die von außen nach innen zum Zellkern gehen. Und Sie sehen, dass es über verschiedene Signalwege geht, auf die ich gar nicht wirklich eingehen möchte. Aber nur wenn diese Signale stattfinden, dann kriegt diese Zelle die Information, wachse, teile dich, vermehre dich. Und damit können Metastasierung, Ausbreitung und Wachstum bestehen. Aber Sie sehen, das ist jetzt ein Rezeptor. EGFR heißt der. Das ist einer, den wir in der Tumormedizin häufig bedienen, weil wir ihn kennen. Das heißt, da setzen wir mit Medikamenten an. Und dieser Rezeptor, den stellen Sie sich wie ein Schalter vor, der diese Zelle aktiviert, die Information zum Zellkern durchstellt und dann teilt die Zelle, die Tumorzelle sich und dann wächst sie. Naja, wir haben ja aber Mechanismen, die darauf aufpassen. Wir haben ja zum Beispiel das Immunsystem. Und da haben Weinberg und Hanahan gesagt, ja, damit Tumoren, Tumoren werden können, muss auch das Immunsystem gestört sein. Das Immunsystem erkennt ja eigentlich diese Zellen, aber irgendwann erkennt sie, wenn eine Krebserkrankung läuft, nicht mehr. Und das ist ein weiteres Beispiel, wieso das Immunsystem funktioniert. Starten wir vielleicht in diesem Kreis mal links unten. Da steht, Krebszellen setzen Krebsantigene frei. Also das heißt, Krebszellen setzen Eigenschaften frei, Moleküle, Eiweißstoffe, die dann zum Immunsystem gehen, zum Lymphknoten, dabei zwei oder drei. Da sind die sogenannten T-Zellen, die diese erkennen. Und diese T-Zellen wandern sozusagen eigentlich dann zum Tumor, sollen den Tumor anhand dieser Zielstrukturen erkennen und zerstören. Und genau diesem Kreis können Krebszellen entkommen, indem sie Substanzen oder indem sie Veränderungen, genetische Veränderungen haben, die das Immunsystem an einer dieser sieben Stellen lahmlegen, sodass es Krebszellen nicht mehr erkennt. Es gibt weitere Wissenschaftler, die uns in der Therapie gesagt haben, das sind sozusagen Medikamente, die uns helfen können, diesen Zirkus, diesen Zyklus, Entschuldigung, Zirkus ist es auch, aber diesen Zyklus zu unterbrechen. Und das sind eben diese beiden Herren. Und Dr. Qualien wird sicher in ihrem Vortrag auf die beiden eingehen, was die denn erfunden haben, dass irgendwie diese Immunzelle und die Krebszelle nicht einander entkommen können, sondern dass die Immunzellen die Krebszellen wieder entdecken und erkennen, und eben zerstören können. Und wie gesagt, Krebs ist so schlau, dass es die Tumorzelle selbst lernt, sich von den Immunzellen zu verstecken. Ein dritter Weg, wie Krebs entsteht, ist die Metastasierung. Metastasierung heißt, Tumoren wachsen ja nicht nur an einer Stelle, sondern die Angst ist, dass Tumoren streuen, dass sie sich verbreiten im Körper, dass Metastasen an anderen Organen entstehen. Und der Mechanismus, der dem zugrunde liegt, was Krebszellen können, ist, dass sie genau dieses Phänomen bedienen, das eine Angiogenese heißt. Angiogenese heißt, das Wachsen von Blutgefäßen zum Tumor hin. Das heißt, wenn Tumoren ganz klein sind, ein bis zwei Millimeter, dann wachsen sie ohne, dass sie eigene Blutgefäße haben. Wenn sie aber größer werden wollen als ein bis zwei Millimeter, und an einem ein bis zwei Millimeter Tumor stirbt niemand, dann brauchen sie mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe, und die kriegen sie durch das Anzüchten von eigenen Blutgefäßen, von eigenen Arterien, die zum Tumor hin wachsen. Und das machen die Tumoren selbst. Auf dem Bild sehen Sie links eine Tumorzelle und rechts ein Blutgefäß. Und da sind wieder Faktoren, da sind wieder Proteine, Eiweiß und Botenstoffe, die dem Blutgefäß sagt, wäre eine gute Idee, wenn du Blutgefäß, nicht Tumor, jetzt mit Sauerstoff versorgst, und wenn es Aussprossungen aus dem Blutgefäßsystem zum Tumor hin gibt. Also auch das können Tumoren, sie können nicht nur wachsen, sondern sie können auch sich vom Immunsystem verstecken, und sie können ihr eigenes Durchblutungssystem, ihr eigenes Blutgefäßsystem, sich selbst organisieren. Und natürlich wird auch das ein Weg sein, wie wir versuchen, dann Krebs auszuhungern, beziehungsweise Krebs zu bekämpfen, indem man auch das bedient. Ja, jetzt vielleicht das letzte Beispiel, dann bin ich mit meinen Beispielen zu Ende. Das ist hier, was genetische Stabilität und Mutationen angeht. Normalerweise sind unsere Körperzellen davor geschützt, dass sie sich verändern. Die DNA, also die Erbsubstanz im Inneren der Zellkerne, die ist da sehr, sehr gut abgekapselt, sehr gut versteckt im Inneren des Zellkerns, und die ist eigentlich sehr stabil. Aber jetzt gibt es Dinge, die mit dieser stabilen DNA in Aktion treten können, negativ in Aktion treten. Und es können zum Beispiel Viren. Viren können Krebs auslösen, indem sie die Virus-DNA in die Körper-DNA reinbringen, und dann wird die genetisch instabil, und damit teilt sozusagen sich die Zelle wieder mehr, weil die Stabilität des Gesunden der Zelle, die sozusagen auf sich selbst aufpasst, damit aufgehoben ist. Das sind jetzt irgendwie vier, fünf, fünf Beispiele waren es, wie komplex so eine Tumorkrankheit ist, wie komplex sich Tumoren gegen, sich unterscheiden von dem gesunden Gewebe, welchen Mechanismen Krebs hat, oder die Krebserkrankung gelernt hat. Und jetzt bleibt die Frage, wie können wir das behandeln? Und da übergebe ich an Frau Dr. Collien. Ja, guten Abend allen in Hamburg. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Brüssel, und ich möchte Ihnen gerne, wie schon dargestellt, molekuläre Therapiemechanismen heute darstellen. Und möchte anfangen und Ihnen einmal eine Übersicht zeigen, was es für Wirkstoffe gibt. Das sind zum einen monoklonale Antikörper, Tyrosin-Kinase-Inhibitoren und auch Inhibitoren der DNA-Reparatur, auf die ich im Speziellen eingehen werde. Es gibt weitere Mechanismen. Und wie Sie auf der rechten Seite sehen, kann man das eigentlich an der Häufigkeitsverteilung der Therapien ganz gut darstellen. Diese molekularen Therapien zählen heute noch zu den Minderheiten, die wir einsetzen, einfach weil bestimmte Voraussetzungen in diesen Tumorzeilen gegeben sein müssen, damit wir die Therapien einsetzen können. In der Häufigkeit mehr vertreten heutzutage ist die Immuntherapie, die Ihnen bestimmt aufgrund der Nobelpreisvergabe und auch des häufigeren Einsatz heutzutage schon geläufiger sein könnte. Und die Chemotherapie, die würden wir am liebsten beidesgehend verlassen. Wir brauchen sie in vielen Bestandteilen noch, aber wir würden gerne viel zielgerichteter gegen diese Tumore arbeiten können, damit wir zielgerichtet die bekämpfen können und möglichst wenig andere Zellen im Körper beeinträchtigen. Ich möchte anfangen mit einer Übersicht, die ziemlich kompliziert aussieht und einmal Ihnen darstellen, dass oben das Gelbe ist quasi alles außerhalb der Tumorzelle an sich. Das ist wieder drunter sehen, diese gelbe Schicht mit den blauen Kreisen oben und unten. Das ist die Zellwand, also die Wand der Tumorzelle. Alles, was blau weiter nach unten dargestellt ist, ist das Innere der Zelle. Und unten links sehen Sie den Zellkern. Das ist das, wo quasi so das Getriebe der Zelle liegt, wo quasi die DNA der Zelle liegt, wo quasi so ein bisschen mitbestimmt wird, in welche Richtung der Tumor sich weiterentwickelt. Ich habe in der obersten Reihe drei Wirkstoffgruppen eingekreist, die ich Ihnen gerne weiter darstellen möchte. Und Sie sehen, dass diese molekularen Therapien sowohl an der Zellwand wirken können, sie können an der Inneren der Zellwand wirken. Das ist das Gästchen, was da im Übergang zum Blauen quasi markiert ist. Und da möchte ich Ihnen auch noch einen Mechanismus darstellen, der quasi im Zellkern an sich aktiv ist. Wir fangen an mit den monoklonalen Antikörpern. Das sind Antikörper, die auf eine bestimmte Zelle zurückzuführen sind. Also eine Abwärtszelle, die quasi stimuliert wird, bestimmte Antikörper zu bilden, indem der einer Maus Moleküle quasi hinzugefügt werden, wohingegen man möchte, dass Antikörper produziert werden sollen und dann diese Antikörper gebildet werden. Sie sehen auf der rechten Seite der Folie, dass Antikörper unterschiedlich aussehen können. Sie sehen oben links in dem Bild einen komplett weißen Antikörper. Das ist ein Antikörper, der von einer Maus ist. Sie sehen, wenn Sie weiter nach rechts gehen, ein Antikörper, der orange und weiß dargestellt ist. Der rot-orange Anteil ist größer als der weiße Anteil. Und der weiße Anteil wird immer geringer, wenn Sie weiter nach unten links gehen und dann nach rechts. Das bedeutet, dass der Anteil des nichtmenschlichen Anteils dieses Antikörpers immer mehr abnimmt. Und das Ziel ist quasi, dass wir möglichst wenig Fremdstoffe quasi in den Körper bringen, damit unser Immunsystem quasi nicht gegen etwas zusätzlich noch kämpfen muss. Das sind Antikörper, die wir gezielt einsetzen für die Therapien. Wenn wir zu einem der ersten Antikörper gehen, die eingesetzt wurden, dann ist es das Trastuzumab. Trastuzumab hat quasi nachdem Wirkstoffe in klinischen Studien untersucht werden, werden die dann letztendlich von der Europäischen Zulassungsbehörde, der EMA, dann für Europa zugelassen. Das ist im Jahr 2000 erfolgt. Und Trastuzumab wirkt gegen einen bestimmten Wachstumsrezeptor, den sogenannten HER2-Neurezeptor, auf der Tumorzelle und ist vor allem zum Beispiel beim Brustkrebs überexprimiert. Das bedeutet, dass 10 bis 15 Prozent der Tumorzellen beim Brustkrebs vermehrt diesen Rezeptor auf der Zelloberfläche haben und dass dann ganz gezielt diese Antikörper gegen den Rezeptor wirken kann. Wir setzen dieses Medikament heutzutage in Kombination mit einer Chemotherapie ein, aber auch in anderer Kombination mit anderen Antikörpern. Hier sehen Sie zum Beispiel die Kombination mit Pertuzumab. Wirkt ebenfalls gegen den HER2-Rezeptor, den Sie dort in grün auf der Zelloberfläche sehen. Und zwar sehen Sie, dass das Trastuzumab, das ist der orange Antikörper, der bindet direkt an den HER2-Antikörper. Und der führt im Endeffekt dazu, dass diese vermehrt gebildeten Rezeptoren auf der Tumoroberfläche, Tumorwands, da weniger vorhanden sind. Wohingegen das Pertuzumab verhindert, dass der linke und der rechte grüne Antikörper, Rezepte sich verbinden, sodass letztendlich alles das, was da unten drunter steht, also HER2-Signaltransaktion, also das Signal in die Tumorzelle an sich, verhindert wird und somit halt auch das übermäßige Wachstum nicht mehr stimuliert wird. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, ich habe Ihnen für jedes Medikament, was ich quasi Ihnen zeige, habe ich Ihnen einmal den Wirkmechanismus mitgebracht, damit Sie sehen, wie das auf zellulärer Ebene wirkt, aber auch Daten, wie wir das im klinischen Einsatz haben. Und hier sehen Sie jetzt einfach mal zum Beispiel eine Überlebenskurve einer klinischen Studie. Das bedeutet, die Patienten haben in dieser Studie Pertuzumab, Trastuzumab, Dozetaxel bekommen. Das Letztere ist eine Chemotherapie. Die anderen zwei Stoffe habe ich Ihnen zuvor gezeigt. Das war der Therapiearm. Auf der anderen Seite wurde das verglichen mit einer Standardtherapie, die zuvor schon etabliert war. Das war Trastuzumab plus Dozetaxel. Und Sie sehen jetzt auf dem oberen Teil der Abbildung das Gesamtüberleben dieser Patienten, die dort behandelt wurden beim Brustkrebs. Und Sie sehen, das darf ich Ihnen verraten, dass die rote Kurve, die obere Kurve, das ist die Kurve, wo Pertuzumab, Trastuzumab und Dozetaxel hergegeben wurden, zu einem Überlebensvorteil führen. Und das sehen Sie ganz gut, dass die Kurven doch auseinanderweichen. Und das ist das, wie wir in klinischen Studien untersuchen, ob diese Wirkstoffe gesichert, sicher einsetzbar sind, dass sie von den Nebenwirkungen verträglich sind, aber auch wirklich einen Effekt für das Überleben der Patienten haben. Wenn wir uns jetzt unterhalten, dass wir sagen, wir möchten immer genauer therapieren, wir möchten die Tumorzellen genauer beeinflussen, müssen wir uns auch über andere Nebenwirkungen unterhalten, als jetzt Chemotherapien. Ich nehme an, dass Sie alle schon mal etwas über Chemotherapien gehört haben. Da ist ganz häufig das Stichwort Übelkeit, Durchfall, Haarausfall. Das ist das, was uns als erstes entgegengebracht wird. Und bei diesen zielgerichteten Therapien ist es so, dass wir spezielle Therapien, aber dadurch auch speziellere Nebenwirkungen erhalten. Zum Beispiel hier beim Trastuzumab ist es so, dass wir wissen, dass die Schlagkraft des Herzens doch abnehmen kann. Deswegen machen wir immer auch Ultraschalluntersuchungen vom Herzen, um sicherzustellen, dass wir keine übermäßige Schädigung der Patienten, des Herzens quasi hervorrufen. Wir können vermehrt auch Infektionen sehen, was wir auch von Chemotherapien kennen, genauso wie Blutarmut. Und auf diese Antikörper kann man allergisch reagieren. Das hängt mit dem Anteil der Mauskomponente, sage ich mal jetzt einfach dargestellt, zusammen. Der nächste Wirkstoff, den ich Ihnen gerne noch mal näher bringen möchte, den hat der Herr Arnold schon angedeutet, das ist Cetuximab. Cetuximab ist ebenfalls ein Antikörper. Der wurde 2004 zum ersten Mal in Europa zugelassen und wirkt auch gegen einen Wachstumsrezeptor, diesmal den EGF-Rezeptor. Und wird in Kombination oder mit Chemotherapie heute beim Darmkrebs eingesetzt, aber auch bei Tumoren im Komplexbereich. Und zusätzlich gibt es mittlerweile auch Daten dafür, dass eine Kombinationstherapie mit anderen zielgerichteten Medikamenten bei metastasierten Darmkrebs auch sehr wirksam sein kann, sodass wir dort eine Therapie komplett ohne Chemotherapie haben und da eine sehr gute Wirkung erreichen. Hier als Beispiel einmal die Karas-Mutation als Ausnahme genannt. Es ist so, dass bestimmte Voraussetzungen in diesen Zellen gegeben werden müssen, damit das Medikament wirkt. Und das ist beim Cetuximab der Karas-Wildtyp im Gegensatz zur Mutation. Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Sie sehen einmal links den gesunden Weg auf der Abbildung A. Da sehen Sie, wie ein Legand, also ein kleines Molekül, an den Rezeptor bindet, der grün dargestellt ist. Und dann sehen Sie, dass in der Zelle eine Kaskade an Reaktionen losgeht und dann das Ende quasi ist, dass die Zelle wächst. In der Mitte sehen Sie in pink dargestellt, das ist das Molekül, das ist der Antikörper Cetuximab, der bindet an den Rezeptor und führt dazu, dass in der Zelle keine Reaktion mehr abläuft. Sie sehen, dass unten die Pfeile, die in der linken Abbildung noch da sind, nicht mehr vorhanden sind, weil diese Zelle quasi kein Wachstumssignal mehr adäquat bekommt und sich dadurch halt auch nicht mehr vermehrt teilt. Jetzt ist es aber so, dass in der rechten Abbildung des Karas, das ist jetzt das Molekül, was unter der Zellmembran, die Sie hier im Blau sehen, das ist so rot eingezeichnet im Gegensatz zu den anderen beiden Abbildungen links. Hier ist das Karas mutiert. Das führt dazu, dass die Zelle, die Tumorzelle es geschafft hat, einen Mechanismus zu entwickeln, dass sie trotzdem wachsen kann und die Signalkaskade quasi umgehen kann, auch wenn der Antikörper bindet. Und dies ist ein Beispiel halt für molekulare Veränderungen, wie der Tumor quasi sich unseren Wirkmechanismen entziehen kann und trotzdem wachsen kann. Auch Cetuximab hat spezielle Nebenwirkungen, das sehen Sie hier auf der rechten Seite, das ist eigentlich ein ganz klassisches Bild einer sogenannten Akneformen-Hautveränderung, wo Sie sehen, dass die Patienten doch auch gerade, wenn sie zum Beispiel viel in der Sonne gehen würden, würde sich das Ganze auch noch mal auf der Haut deutlicher manifestieren. Das kann man in der Regel mit Cremes und auch Antibiotika, die man lokal verabreichen kann, kann man das deutlich verbessern. Auch hier sind Nagelveränderungen neben den Hautveränderungen, können dort auftreten, Juckreiz kann auftreten und auch hier die allergischen Reaktionen, die eigentlich bei jedem Antikörper in einer gewissen Weise mitspielen, können aber genauso auch bei herkömmlichen Chemotherapien auftreten. Als nächstes gehen wir in das Innere der Zelle. Das heißt, Sie sehen hier auf der rechten Seite diesmal die Zellwand in gelb-blau dargestellt. Da sehen Sie, dass der Rezeptor, der hier in Rot dargestellt ist, in der Mitte einen äußeren Anteil hat. Das war da, wo bislang die anderen beiden Wirkstoffe angegriffen haben und es hat aber auch einen inneren Teil. Das sind die roten Vierecke mit den vier P's daran. Und das Medikament Pemigatinib ist ein Vertreter der Tyrosinkinase-Inhibitoren und das hemmt den Rezeptor von innen. Und zwar können diese Tumoren, die diesen Rezeptor vermehrt haben, können dadurch Wachstumssignale vermehrt von sich aus quasi senden, sodass die Zelle sich vermehrt wachsen kann. Hier wirkt das Pemigatinib daneben. Das ist ein spezielles Medikament, was eingesetzt werden kann, wenn diese Rezeptoren einem bestimmten Anteil die genetische Information so verändert ist, dass halt diese vermehrte Selbstaktivierung der Tumorzelle und damit das Wachstum quasi besteht. Als Beispiel sind hier die Gallengangstumore genannt. Fünf bis 50 Prozent der Tumore haben solche Veränderungen an diesen Rezeptoren und dann kann dieser Wirkstoff eingesetzt werden. In den USA ist dieses Medikament bereits zugelassen. Das gibt es zum Beispiel auch beim Blasenkrebs. Das Medikament ist in Europa aktuell noch nicht zugelassen. Hier laufen noch die aktuellen Studien und damit dann auch die endgültige Zulassung letztendlich über die europäische Zulassungsbehörde. Das Entscheidende bei diesen Medikamenten ist, dass wir diese Medikamente als Tabletten verabreichen können, was für die Patienten ja immer noch wieder einfacher ist, wenn sie die zu Hause nehmen können und dafür nicht jedes Mal in die Klinik kommen müssen. Auch hier gibt es eine Studie, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Hier ist es so, dass Sie auf der X-Achse aufgetragen sehen, alle Patienten, die in dieser Studie teilgenommen haben. Das sind Patienten mit Gallengangstumoren gewesen und Sie sehen alles das, was auf der Y-Achse nach unten reicht. Das sind die Anteile der Tumoren oder auch der Anteil der Tumore, der geschrumpft ist, beziehungsweise wohin ja auch tatsächlich bei vier Fällen gar kein Tumor mehr nachweisbar war. Links der kleinere Anteil der Darstellung, das sind die Tumore, die trotz dieser zielgerichteten Therapie gewachsen sind. Und Sie sehen, dass ein großer Anteil der Patienten mehr als 30 Prozent den Rückgang ihrer Tumormasse hatten unter dieser Therapie, was sehr erfolgsversprechend ist. Pemigatinib wirkt von innen heraus aus der Zelle und macht ganz spezielle Nebenwirkungen. Also die Patienten berichten ganz häufig, dass sie einen trockenen Mund haben. Der Mund entzündet sich und es können auch Nagelveränderungen auftreten, ebenso wie trockene Haut. Das kann man sehr gut mit Mundspüllösungen in den Griff bekommen, ebenso wie mit speziellen Cremes für die Haut, sodass das auch gut toleriert wird. Eine besondere Nebenwirkung ist der hohe Phosphatspiegel, der halt aufgrund des speziellen Wirkmechanismus eintritt. Da sehen Sie hier schon mal, dass diese Nebenwirkungen sich auch gegenüber den Antikörpern verändert haben, spezieller geworden sind, wo wir halt auch immer noch spezieller darauf achten. Als nächstes möchte ich mit Ihnen dann in die, von der initialen Abbildung gesehen, unten links in den Zellkern gehen. Dort ist es halt so, dass wir dort die Information der Zelle haben, also was die Aufgabe der Zelle ist, wie sie wachsen soll, wie sie nicht wachsen sollen. Das ist ja alles mit kodiert, auch der DNA. Und es ist so, dass in den gesunden Zellen, wie Arnold initial schon angedeutet hat, da kommt jeden Tag ein Fehler vor und der wird aber in der Regel repariert. Da bekommen wir nichts von mit. Und es gibt spezielle Reparaturmechanismen der DNA, die halt durch Enzyme durchgeführt werden. Das sind spezielle Katalysatoren, die da die Reparatur durchführen. Jetzt ist es so, dass wir bestimmte Moleküle auch haben, die dann diese Reparaturenzyme mitwirken. Und das sind zum Beispiel RACA1 und 2. Das sind sogenannte Tumor-Suppressor-Gene, weil sie die Reparatur vorantreiben und quasi verhindern, dass sich bestimmte Genveränderungen da durchsetzen können, sodass sich Tumore entwickeln können. Aber auch in diesen Enzymen kann es dazu kommen, dass es bestimmte Mutationen gibt, sodass das nicht richtig funktioniert. Und wir sehen halt zum Beispiel bei 5 bis 10 Prozent aller Brustkrebspatienten, dass wir eine solche Mutation in den BRCA-Genen haben. Und das dazu führt, dass wir eine bestimmte Voraussetzung haben, Tumore zu bilden. Und es gibt halt das Ganze nicht nur beim Brustkrebs, diese BRCA-Mutation, sondern halt auch beim Eierstockkrebs, beim Brauchspeicheldrüsenkrebs und auch beim Prostatadrüsenkrebs. Hier sehen Sie es einmal schematisch dargestellt. Also auf der linken Seite sehen Sie eine gesunde Zelle. Da sehen Sie die Doppelstrang-DNA. Das ist ja quasi diese Helix, die Sie vielleicht aus vielen Bildern kennen. Und da sehen Sie auf der rechten Seite, dass da ein Einzelstrang quasi gebrochen ist. Und jetzt ist es so, dass quasi normalerweise dort dann eine Reparatur stattfindet und das Ganze gar nicht groß auffällt. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Zelle, die quasi dieses BRCA nicht mehr hat. So das, was eigentlich mit Haupt verantwortlich ist, dann auch für die Reparatur, dass das nicht mehr funktionieren kann. Und wenn wir dann das, was noch eingezeichnet ist, den PARP-Inhibitor, das ist ein bestimmtes Medikament, wenn wir das noch zusätzlich quasi verabreichen würden, funktioniert gar keine Reparatur mehr, wenn man es jetzt mal sehr einfach darstellt. Sodass wir dort dann quasi eine Zelle haben, die eine Geninformation hat, die zum Wachstum führt, die zu verändertem Wachstum führt und die begünstigt, dass sich quasi Tumore bilden. Hier wiederum stelle ich Ihnen Ergebnisse einer Studie wieder. Das ist die SOLO-2-Studie. Die ist durchgeführt worden bei Patienten, die Eierstoppkrebs hatten und die eine bestimmte Chemotherapie bekommen haben, die auch die DNA schädigt und auf diese Therapie gut angesprochen haben. Und dann ist halt immer die Frage, wann hört man mit einer Therapie auf oder wann führt man sie fort? Und hier ist die Idee gewesen, dass man die Chemotherapie zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet und dann Olaparib gibt. Olaparib ist ein Wirkstoff, der, wie zuvor beschrieben, die DNA-Synthese, also ein PARP-Inhibitor ist und wurde als Tablette eingenommen. Hier sehen Sie auch, die obere Kurve ist das Olaparib, der Wirkstoff, die rote Kurve. Der oberen Teil des Abbildungs ist ein Placebo gewesen, sodass nach der Chemotherapie keine weitere Tablettentherapie mit einem Wirkstoff durchgeführt wurde. Und da sehen Sie auch, dass der Überlebensvorteil für diesen Wirkstoff gegeben ist. Auch hier bestehen bestimmte Nebenwirkungen. Hier bestehen vor allen Dingen die Blutbildveränderungen. Die die Therapie beeinflussen, aber auch Infektionen, Müdigkeit, vermindeter Appetit und auch Luftnot. Als letztes möchte ich nun auf die Immuntherapie eingehen. Das ist die, wenn Sie sich den Wimpel noch mal vor Augen führen, das ist das, was wir eigentlich heutzutage schon sehr häufig einsetzen, was halt auch bei vielen Tumoren einsetzbar ist und nicht nur bei speziellen molekularen Veränderungen. Die ganzen Therapien sind 2011 das erste Mal zugelassen worden hier in Europa und zwar vor allen Dingen für den schwarzen Hautkrebs, das malignende Melanom. Und das Ziel ist quasi, dass die körpereigene Abwehr wieder aktiviert wird. Die Tumorzellen können nämlich über bestimmte Mechanismen diese Abwehrzellen ausschalten und sagen, ich möchte nicht mehr von euch abgewiesen werden. Und das Ziel ist über diese Wirkstoffe, dass wir genau das wiederherstellen, dass unser Immunsystem wieder aktiv werden kann. Wir geben diese Immuncheckpoint-Inhibitoren heute zutage zum Beispiel beim Darmkrebs. Wir geben sie beim Lungenkrebs, beim Magenkrebs, beim Speiseröhrenkrebs. Wir geben sie aber viel beim Blasen- und Nierenkrebs. Und es gibt viele unterschiedliche Tumore, wo wir sie gut einsetzen können. Wir können sie nach der Chemotherapie einsetzen. Wir geben sie in Kombination mit Chemotherapie. Und wir geben sie auch als Monotherapie. Das bedeutet nur ein Immuncheckpoint-Inhibitor oder eine Kombinationstherapie aus zwei Checkpoint-Inhibitoren. Das ist wahrscheinlich für Sie im Monitor ein wenig klein. Aber Sie sehen auf der linken Seite und auf der rechten Seite zwei unterschiedliche Arten oder Rezeptoren, wie man die T-Zellen, die Abwehrzellen wieder aktivieren kann. Und das Ziel ist quasi, das sehen Sie in dem rechten Anteil rechts unten, was mit vier nummeriert ist, der linken Abbildung. Wir wollen wieder eine aktivierte T-Zelle haben, also eine Abwehrzelle, die nicht inaktiviert wird. Und dasselbe wird halt auch auf der rechten Seite mit dem anderen Rezeptor erreicht. Nebenwirkungen, die hier vor allem das Immunsystem betreffen, treffen alle Organe, die mit dem Immunsystem viel interagieren. Das können zum Beispiel, oder auch wo wir wissen, dass es viele Autoimmunerkrankungen gibt, und Sie kennen sicherlich jemanden, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, die sogenannte Hashimoto-Tyriditis. Das führt einfach dazu, weil wir dort Antikörper haben, die der Körper selber produziert und dadurch dann die Schilddrüse weniger aktiv ist. Und über bestimmte andere Mechanismen wird sowas zum Beispiel auch durch die Immuncheckpoint-Inhibitoren hervorgerufen. Genauso wissen wir, dass die Hirn-Angangsdrüse, die auch Hormone produziert, damit zum Beispiel die Schilddrüse aktiviert wird, damit wir Cortisol produzieren können. Auch die kann beeinflusst werden. Genauso können aber auch zum Beispiel relativ häufig die Lunge beeinträchtigt sein, dass wir dort bestimmte Abwehrvorgänge haben in der Lunge, die wiederum dort eine Lungenentzündung auslösen können, aber nicht, wie wir sie häufig von Bakterien kennen, sondern in bestimmten anderen Anteilen der Lunge, in dem Gewebe eher dazwischen. Genau ähnlich kann das auch beim Herzmuskel auftreten. Wir wissen bei vielen Nebenwirkungen noch gar nicht, in welcher Ausprägung sie dauerhaft bestehen können oder wie sie sich schnell wieder lösen können, weil wir einfach auch hier noch viel lernen von den Wirkstoffen, weil sie halt einfach in den letzten Jahren erst entwickelt wurden und den breiten klinischen Einsatz gefunden haben. Zuletzt möchte ich einmal noch mal darauf eingehen, dass wir halt gerade im Bereich der molekulären Medizin immer wieder unseren Patienten anbieten möchten, diese speziellen Therapieverfahren zu erhalten. Wir aber auch hier immer wieder das Problem haben, dass nur sehr wenige Patienten für bestimmte Tumortherapien in Frage kommen und wir deshalb klinische Studien durchführen, gerade im Asclevis Tumorzentrum an unterschiedlichen Standorten, unter anderem in Altona, wo wir einfach neue Wirkstoffe testen und häufig in internationalen Studien. Und da gibt es halt unterschiedliche Netzwerke. In Deutschland ist zum Beispiel die AEO, die Arbeitsgemeinschaft für technistische Onkologie, wo wir Studien durchführen, oder auch wie ich jetzt hier in Brüssel in der EU-RT-Zene. Damit möchte ich diesen Teil schließen, wieder an Herrn Arnold übergeben. Ganz herzlichen Dank, Frau Kullian. Und bevor wir jetzt in die Zukunft gucken, gucken wir erstmal in die Fragen. Und, wie schon gesagt, nutzen Sie den Chat. Und wir haben eine Frage. Und zwar, ich frage jetzt Frau Kullian. Ein Zuschauer sagt, wie äußern sich denn die allergischen Reaktionen? Die Frage kam, als Sie über die Antikörper gesprochen haben. Wie sehen die denn aus zur allergischen Reaktion? Das kann unterschiedlich sein. Aber in der Regel ist es so, dass zum Beispiel kurz nach, also wann treten zum einen die allergischen Reaktionen auf? Die können sofort auftreten. Die können mit einer zeitlichen Verzögerung auftreten. Und was wir häufig zum Beispiel beobachten, dass die Patienten Schüttelfrost bekommen, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie müde werden. Das sind so die Zeichen, die auftreten können. Genau das Gleiche kann es aber auch sein, dass es sein kann, dass man Hauterschlag entwickelt, dass man das Gefühl hat, dass sich im Kopf-Hals-Bereich Dinge anschwellen. Das ist ähnlich wie, wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Das kann man auf ähnliche Art und Weise vergleichen. Sie haben ein ganz breites Spektrum, diese Nebenwirkungen. Also es kann in der Tat bei manchen Antikörpern, wenn man die zum ersten Mal bekommt. Und Frau Collierne hat das ja gezeigt mit den Mäusen, dass die Antikörper, besonders die der früheren Generationen, die schon etwas älter sind, also vor Jahren entwickelt worden sind, dass die sozusagen noch einen hohen Anteil von fremdem Eiweiß in ihrem Bauplan haben. Und dann ist die allergische Reaktionswahrscheinlichkeit häufiger. Und heute setzen wir vorwiegend Antikörper ein der moderneren Generation, die kaum noch fremdes Eiweiß haben. Und dann ist auch die allergische Reaktionswahrscheinlichkeit viel geringer. Und das Spektrum ist genauso, wie gesagt, breit. Von wenig spüren bis hin früher auch einem Kreislaufschock. Deswegen haben wir viele Patienten, die zum ersten Mal ein Antikörper bekommen, auch stationär in der Behandlung oder haben da eine Blutdrucküberwachung oder sowas dran, dass wir da sicherstellen können, dass das ganz sicher abläuft. Jetzt Frage von Frau Kollegin, wie sehen denn diese, was machen wir denn gegen diese von Immuntherapien verursachten Nebenwirkungen? Sie haben gesagt, da gibt es schon eine Immun-Lungenentzündung und eine Immun-Schilddrüsenentzündung. Wie wird das überwacht? Wie stellt man denn sowas fest? Feststellen tut man das, indem die Symptome einem häufig beschrieben werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, dass man Cortisolmangel hat, berichten die Patienten, dass sie häufiger müde sind, dass sie mehr schlafen, dass sie sich eher unwohl fühlen. Wenn es um die Lunge geht, ist es dann doch, dass die Luftnot stärker dargestellt ist. Und da ist es halt so, dass wir wieder Einfluss auf das Immunsystem nehmen und häufig einfach erst mal Cortisol verabreichen, nachdem wir halt auf Ursachenforschung erst mal gegangen sind oder auch akut, um die Symptomatik akut zu lindern und dann weiter zu forschen, was dann letztendlich die direkte Ursache ist. Und jetzt haben Sie zu sagen, die vielen verschiedenen Wirkmechanismen dargestellt und ich hatte anfangs auch die vielen, in diesem Kreis schon ein paar Beispiele dargestellt, was Krebs zum Krebs macht. Gibt es denn Krebsarten, die nur von dem einen Wirkmechanismus abhängig sind oder haben alle alles? Also spielt bei jeder Krebsart all diese Faktoren eine Rolle? Nein, es ist schon so, dass wir sehen, dass bestimmte Tumorarten bestimmte molekulare Veränderungen mehr haben und da gibt es zum Beispiel Gruppen, wo man sagt, okay, da tritt es häufiger auf. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf den FGFR-Rezeptor geht, da wissen wir, dass das beim Blasenkrebs viel häufig vorkommt. Beim Gallengangskrebs kommt es häufig vor. Wir wissen aber, dass wir zum Beispiel beim Darmkrebs da nicht so viel Erfolg haben aus den klinischen Studien, die wir bislang haben. Und wir sehen halt auch zum Beispiel bei der Immuntherapie, dass wir bei manchen Tumorarten da sehr große Erfolge haben. sehen aber zum Beispiel beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, dass wir da nicht wahnsinnig erfolgreich sind. Das heißt, man muss das schon auf die jeweiligen Tumoren betrachtet sehen. Es spielt nicht alles bei allen Tumoren eine Rolle. Und da sind wir aber sicherlich noch auf einem guten Weg, wo wir gucken müssen, was ist wirklich entscheidend für welchen Tumor und wie kann man das möglicherweise auch in Kombination nutzen, auch den Signalketten, die dann hinter den Rezeptoren in den Wirkmechanismen liegen, da eine gescheite Kombination erreichen kann, sodass wir den Tumor da gut ausbremsen. Frage auch noch, wenn wir so verschiedene Wirkmechanismen haben und Sie sagen, wir können Kombinationen untersuchen, Sie auch in der EURTC Kombinationen untersuchen. Wie stellen wir denn sicher, dass diese Kombinationen wirklich auch Hand in Hand zusammenarbeiten und nicht nur mehr an Nebenwirkungen und mehr an Chaos in der Tumorzelle produzieren? Naja, die Wirkstoffe werden ja nicht zuerst direkt am Menschen getestet, sondern es wird halt erst mal in Laborversuchen geguckt, ob wir da in bestimmten Zellen einen Erfolg sehen und dann wird das an kleinen Gruppen zunächst getestet und dann schaut man von da ausgehend, inwiefern man das mit der Toxizität, also mit den Nebenwirkungen dann vertreten kann, dass man sagen kann, man geht in größere klinische Studien und da dann auch wirklich den Patienten dort dieses Medikament zu verabreichen. Also es ist immer auf der einen Seite das Ziel, neue Wirkstoffe zu entwickeln, Kombinationen zu entwickeln und unseren Patienten besser zu helfen, aber auf der anderen Seite auch immer zu gucken, ist das wirklich sicher, ist das, was ich mit Nebenwirkungen möglicherweise in dieser Therapie in Kauf nehme, auch wirklich zu vertreten, damit wir unsere Patienten sicher behandeln und auch die Lebensqualität erhalten. Okay. Es gibt Fragen aus der Gruppe. Ich habe bislang ein bisschen noch Zurückhaltung da. Jetzt haben wir viel gehört, viel gelernt über Biologie und viel über die Mechanismen, die sozusagen da sind und ich glaube, es war uns besonders wichtig, Ihnen zu vermitteln, wie komplex denn so ein System Krebs eigentlich ist und dass in den ganz seltensten Fällen nur ein Medikament alles platt macht, alles kontrolliert, die Krankheit vollständig kontrolliert. Gibt es solche Fälle überhaupt, Frau Collien, dass man das, gibt es solche Situationen überhaupt, dass man sagt, nur ein Medikament und das wirkt so gut, dass dann die Krankheit gar nicht mehr da ist? Naja, das Problem ist, also wir wissen das ja zum Beispiel von dem Cetuximab, jetzt beim Darmkrebs, dass wenn wir es eine bestimmte Zeit einsetzen, wir ein gutes Ansprechen erreichen, wir aber auch dann wieder zu einer Situation kommen können, wo dieses Medikament nicht mehr wirkt. Das heißt, die Zelle hat wiederum, ein Tumor hat einen Weg gefunden, sich wieder mal vor uns zu stellen und zu sagen, naja, so richtig gut finde ich das nicht, was sie mit mir macht und ich habe es mal anders überlegt und da dann wieder quasi eine Idee zu finden oder eine Therapie zu finden, das wieder rückgängig zu machen, ist halt sicherlich auch was und so, dass man da auch immer mit Resistenzen rechnen muss in diesen Therapien, weil diese Tumorzellen einfach unglaublich clever sind. Jetzt gibt es eine Frage noch, für die ich sehr dankbar bin. Ein Zuschauer sagt, welche Möglichkeit hat man als Europäer, wenn so ein Medikament für eine Krebserkrankung in den USA zugelassen ist oder in der Studie irgendwo ist, will ich mal ausweiten, aber eine konkrete Frage ist, wenn es in den USA zugelassen ist, haben wir das als Onkologen auch im Blick oder gucken wir nur auf die europäische Zulassungsbehörde und ich nehme die Frage mal zu sagen selbst, weil das ist in der Tat eine spannende Frage, wobei das auch nicht nur ein eindimensionaler Weg ist. Es ist in der Tumormedizin in der Tat nicht so, dass in den USA alles besser und in Europa alles lahmer ist. Das ist in vielen Bereichen des Lebens so, aber in der Krebsmedizin ist es mitunter auch umgekehrt und ich glaube, Onkologen beider Kontinente als globale Community haben das sicher im Blick, was an den großen Kongressen vorgestellt worden ist oder vorgestellt wird und wir versuchen auch, die Medikamente dann in Deutschland zu haben, wenn die Situation tatsächlich da ist und die gibt es. Wir haben eigentlich mehrfach pro Woche die Situation, dass wir Patienten haben, wo wir in einer Therapiesituation sind, wo ein Medikament irgendwo auf der Welt zugelassen ist, das wahrscheinlich sinnvoll ist, das aber noch im Zulassungsverfahren in anderen Teilen der Welt sind und wir versuchen da trotzdem den Patienten den Zugang zu den Medikamenten zu besorgen. Entweder indem wir Patienten sagen, naja, möglicherweise gibt es Studien, die sozusagen als Anwendungsbeobachtung laufen, aber das Medikament trotzdem zur Verfügung stellen oder indem wir eben versuchen, über internationale Apotheken und mit Hilfe sozusagen sicher auch der Kostenträger, also der Kassen, dann dieses Medikament zu besorgen. Also sehr, sehr häufig klappt es, aber es klappt in der Tat nicht immer und es ist in der Tat manchmal ganz schön viel Mühe und Lobbyarbeit dazu erforderlich und es ist natürlich auch, die Frage ist sehr berechtigt, eine Kenntnis erforderlich und deswegen ist es bei Tumorkrankheiten häufig sehr gut, mal auch mit seltenen Erkrankungen in seltenen Situationen sich eine Zweitmeinung irgendwo einzuholen und da zu gucken, ob denn an alles tatsächlich gedacht worden ist oder ob es dann noch eine medikamentöse Option irgendwo gibt, an die derjenige Behandler gerade nicht denkt. Das waren jetzt viele Antworten, aber die Frage ist extrem berechtigt. Okay. Ich werfe mit Ihnen einen Blick in die Zukunft und einen Blick in die Zukunft sozusagen in ein kurzes Intervall. Das heißt, das ist die Zukunft und erlauben Sie mir, dass ich das relativ rasch darstelle, einfach weil die Zukunft schwer vorherzusagen ist und wir müssen uns sozusagen natürlich dem stellen, wie denn die Krebsmedizin in den nächsten Jahren aufgestellt wird. Das ist mal jetzt so ein Beispiel dessen, was wir gesagt haben mit diesen vielen Mutationen. Das ist so ein Cartoon, der zeigt, wie so ein Schaltkreis ist und wir haben unendlich viele Mutationen an Tumoren. Und gerade haben wir in den Beispielen, die Frau Collien gezeigt hat, immer nur eine Mutation gehabt. Aber jeder Tumor hat mitunter viele Mutationen. Wir gehen davon aus, dass ein normaler Brustkrebs etwa 70 oder 80 Mutationen hat. Und ein normaler Brustkrebs hat viele zigtausend Gene. Und da müssen wir die 70, 80 rausfinden und müssen sozusagen von den Mutationen wissen, welche der Mutationen denn möglicherweise für diese Patientin und den Tumor das Entscheidende ist. Und das ist das, was wir heutzutage als digitale Onkologie bezeichnen. Digital heißt, wir haben Tumorgewebe, das guckt der Pathologe unter dem Mikroskop an. Aber wir analysieren dieses Gewebe auch genetisch. Wir machen eine DNA-Analyse und mit der DNA-Analyse eine genetische Signatur, eine genetische Unterschrift. Und die stellt sich dann sozusagen so wie in einem mittleren Bild dar. Das ist so eine Karte von verschiedenen Genen und das heißt grün, das Gen ist gerade nicht aktiviert, rot, das Gen ist aktiviert oder umgekehrt. Und das sind sozusagen so verschiedene Patterns, die wir dann natürlich auch im Computer auswerten, weil es so viele Möglichkeiten und so viele Kombinationen sind. Und das sind solche Kurven, die zeigen, wie denn die biochemische Aktivierung und Aktivität von verschiedenen Genen an verschiedenen Stellen ist. und wie gesagt, das stellen Sie sich jetzt nicht in einem Gen nur vor, stellen Sie sich das in 80 Genen vor und in 80 Genen mit diesen verschiedenen Veränderungen und die 80 Gene sind aus zigtausend Genen eines Brusttumors zu extrapolieren. Also das heißt, das zeigt einfach schon, mit welcher Methodik und mit welcher Datenmenge wir arbeiten. So sieht so eine Kartografie von Genen aus. Das sind jedes dieser kleinen Linien, das sind vielleicht so etwa 40.000 hier drauf, von diesen kleinen Linien, die dann in der verschiedenen Farbe sind, zeigt das Muster, ob dieses Gen in diesem Abschnitt, in diesem Cluster aktiviert ist oder nicht. Und das charakterisiert letztendlich die Erkrankung. Die moderne Onkologie, die molekulare Onkologie sagt, wahrscheinlich ist in Zukunft viel weniger relevant, ob der Tumor zuerst am Darm, an der Blase, am Magen auftritt, sondern welche dieser genetischen Dinge denn da sind so sieht so eine Genkarte aus. Das ist sehr kleingedruckt und das ist aber sozusagen, was ich Ihnen mal gerne zeigen wollte, ein kommerziell erhältlicher genetischer Test hier eines Unternehmens, das heißt Foundation One, die testen Tumorpatienten an 320 oder 330 Genen, die besonders relevant sind und die schlägen uns dann zusätzlich zu dem, was wir vom Pathologen haben, wenn wir diese Untersuchungen durchführen, so einen Befundbericht, in dem die relevanten Gene für diesen Patienten aktiviert sind. Und wir sind heute sozusagen jetzt auf der Suche nach diesen Genveränderungen nicht nur am Tumor, da wo er wächst, und nicht nur an den Metastasen, da wo der Tumor sich hin ausgebreitet hat, sondern, das Reagenzglas da unten, soll das andeuten, wir suchen nach diesen genetischen Veränderungen auch im Blut von Patienten. Und das ist ja in der Tat eine ganz charmante Zukunftsvision, dass man die genetischen Veränderungen nicht mehr nur am Tumor, in den man reinpicken muss, punktieren muss oder Tumorgewebe entnehmen hat, sondern dass man es auch im Blut, die genetischen Veränderungen erkennen kann und dass man die genetischen Veränderungen im Blut schon erkennen kann, bevor wir Tumoren sehen. Also das heißt, die moderne Zukunft der Vorsorgeuntersuchung wird so genetisch basiert sein, dass man eine Blutabnahme hat, ganz einfach, zum Hausarzt gehen, Blut abnehmen und dann wird das Blut analysiert, ob denn diese genetischen Veränderungen schon da sind, genetische Veränderungen, die mit einer Tumorkrankheit assoziiert sind, wo man dann sagen kann, da müssen wir weitersuchen, da scheint irgendwo eine Tumorerkrankung zu sein. Die neuen Therapien, und ich habe hier so eine Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mal kopiert, die führen sich in solchen Kollaborationen wie der nationalen Dekade gegen den Krebs raus, indem wir sagen, gut, jetzt wissen wir auf der rechten Seite diese genetischen Untersuchungen, aber natürlich ist die Frage, wie kommen wir denn hier zu neuen Medikamenten, wie können wir denn die Informationen nutzen, die wir haben und das ist eine englische Folie, die einfach den relativ traurigen Zustand heute sagt, indem wir heute da quantitativ sind und den Weg in die Zukunft schon öffnen. Weil wenn man jetzt sozusagen die bisherige Geschichte dieser molekularen Medizin zusammenfasst, dann haben wir 13.000 Patienten, aus denen wir die Ergebnisse extrapoliert haben, aber unterm Strich ist es so, wie es da unten sich zeigt, aktuell ist die genetische Ausgangslage, dass wir 1.000 Patienten zum Beispiel in so eine genetische Testung stecken, dass 400 davon eine Veränderung haben, die möglicherweise angehbar ist, dass wir bei 120 tatsächlich dann auch ein Medikament haben und dass zwischen 8 und 30 der Patienten dann auch eine erfolgreiche Therapie haben. Das heißt, insgesamt sind es nur 0,8 bis 3%, also 8 bis 30 von 1.000 behandelten Patienten, die heutzutage von diesen molekularen Tests eine Verbesserung ihrer Prognose zu erwarten haben. Das ist nicht viel und es muss in dieser Dekade natürlich deutlich mehr werden. Wir müssen mehr molekulare Medizin haben und das ist so ein Schlagwort, mit dem wir uns in der Tumormedizin besonders beschäftigen. Das trifft auf viele Bereiche der Medizin zu, nämlich im Prinzip haben wir die Instrumente in der Hand, aber wir haben so wahnsinnig viele Informationen. Ich habe Ihnen diese genetischen Informationen von diesen zigtausend Genen und diesen Clustern gezeigt und auf der anderen Seite den Medikamenten und jetzt müssen wir das zusammenbringen und das ist ein Schlagwort, das sagt, die nächste Revolution in der Medizin ist nicht das nächste Medikament, sondern das sind Daten. Das ist der Nutzung von Daten und es ist die systematische Auswertung von Daten. Und so sehen Daten in der Medizin und so sahen sie noch vor vielen Jahren aus, so sahen sie auch bei uns noch vor zwei Jahren aus, indem wir Papierakten haben von Behandlungsverläufen von Patienten in den Verhandlungsverläufe dokumentiert werden und die sind dann irgendwo im Schrank und archiviert. Heute archivieren wir und dokumentieren wir elektronisch, aber wir nutzen noch viel zu wenig von den Daten. Wir nutzen nur klinische Studiendaten, da wo Frau Dr. Collien gerade arbeitet und gerade drei bis sieben Prozent je nach Tumorart in Deutschland aller Patienten sind in Deutschland in klinischen Studien. Das heißt, auf der anderen Seite von 95, 96 Prozent der behandelten Menschen nutzen wir die Daten nicht und natürlich aus jedem Patient, der irgendeine Therapie hat, lernen wir was und diese Informationen müssen wir lernen und müssen wir dann auch in die nächste Generation umsetzen. Das heißt, das ist sozusagen das, was wir gerade haben. Wir müssen nicht nur Behandlungsdaten, wie das oben gezeigt ist, dann tatsächlich in einen CRF, also Case Report Form heißt es, eine Behandlungsdokumentation haben, sondern wir müssen das sehr viel genauer, sehr viel präziser analysieren und müssen das sozusagen dann auch diese Information sehr viel mehr und sehr viel besser nutzen. Und ich will das sozusagen sagen, die Zukunft der Medizin ist sicher so, dass wir strukturierte Beobachtungen und eine verbesserte Diagnostik in diesem gesamten Trichter der Beobachtungen haben. Aber Digitalisierung heißt auch in der Tumormedizin die Erfassung des täglichen Lebens. Sie kennen das aus der kardiologischen Medizin. Wenn man kardiologiert, wenn man sozusagen sich eine Blutdruckeinstellung macht oder wenn man Herzrhythmusstörungen hat, dann haben diese Patienten eine kontinuierliche Überwachung, eine digitale Überwachung über eine Smartwatch, also über Apple Watch oder was auch immer, wo Puls und Blutdruck oder Dinge registriert werden können und wahrscheinlich ist es auch in der Tumormedizin wichtig. Und wir haben Eingaben, sozusagen digitale Datenerfassung, die von den Patienten kommen. All das sind medizinisch relevante Daten. Weil wenn wir sozusagen ein Jahr im Leben eines Patienten ansehen, das sind jetzt hier 365 Tage, dann gibt es wenige Tage, bei denen ein Patient in der Klinik ist. Wenn wir Patienten nach Beschwerden fragen, dann gibt es Tage, die gut sind und die weniger gut sind, wo Nebenwirkungen auftreten oder wo weniger Nebenwirkungen auftreten. Und wenn wir sozusagen hier das Ganze uns in einer anderen Messung ansehen, was an Symptomen oder was an Beschwerden da ist, dann sehen wir eben gute Tage, schlechte Tage mit vielen Beschwerden, weniger Beschwerden. Irgendwann wird eine Intervention unternommen, aber wir müssen sozusagen die Daten kontinuierlich erfassen, damit wir sehen, wann es zur Anhäufung von Beschwerden oder wann es zur Anhäufung von Therapiekonsequenzen dann kommt, wenn wir diese Information haben und bearbeiten. Ein bisschen ist unser Problem in Deutschland, dass wir in der Medizin, in der Digitalisierung im Gesundheitswesen so schlecht sind. Wir sind wirklich nicht gut. Das ist sozusagen so ein Index, wie weit die Digitalisierung, das heißt die Datennutzung in der Medizin in Deutschland vorangeschritten ist. Und Sie sehen, dass wir im EU-Durchschnitt da ziemlich weit unten dastehen und es trifft leider auch uns in der Tumormedizin durch. Wir machen viel weniger mit Daten und mit Datennutzung als andere Länder das tun. Und in der Tumormedizin neben der Medikamentenforschung haben wir die Bitte, dass Sie uns unterstützen, nicht nur durch Studienteilnahme, sondern auch durch eine Spende. Und was wir als Spende in der deutschen Gesetzgebung haben, sind keine Organspenden, die sind auch gut, sondern sind Datenspenden. Das heißt, wir haben in Deutschland sehr strenge Datenschutzgesetzgebung, die führt vielleicht auch dazu, dass wir da in diesem ganz unteren Teil des europäischen Vergleichs sind. Wir interpretieren die europäischen Gesetze sehr, sehr streng. Das ist gut, dass wir sehr streng und strikt im Datenschutz sind, aber es behindert uns natürlich in der Forschung. Und wir können Forschung in der Tumormedizin nur betreiben, wenn wir diese vielen Daten, genomische, genetische Daten, klinische Daten, wie geht es ihnen während der ganzen Tage Daten, systematisch nutzen können. Und das können wir nur in dem Patienten uns diese Daten oder Betroffene freiwillig pseudonymisiert oder anonymisiert zur Verfügung stellen. Und das wird uns helfen, das was gerade in der Politik sehr diskutiert wird, das Krebsregistergesetz ist im April verabschiedet worden, dass wir sozusagen in den Punkt bekommen. Ich habe diese Folie drauf, weil das Krebsregistergesetz tritt in Kraft, hieß hier schon im April 2013. Und es hat tatsächlich, Sie haben die politische Diskussion vielleicht verfolgt, bis zu diesem Jahr gedauert, bevor das neue Krebsregistergesetz, das heißt die Zusammenführung der Krebsregister der Behandlungsdaten wirklich aktiviert ist. Damit, meine Damen und Herren, glaube ich, sind wir mit unseren Folien, unseren Vorträgen über die Zukunft durch. Diesen Cartoon habe ich in der Süddeutschen Zeitung vor über einem Jahr gesehen, den fand ich extrem klasse, weil er eigentlich sozusagen genau das auch für die Tumormedizin zusammenfasst, wie die Zukunft aussehen wird. Da ist auf der linken Seite das positive Szenario, da sehen Sie die Patientin und Sie sehen die Ärztin oder die Pflegende, die sich um die Patientin kümmert und Sie sehen, sie hat in der Tasche dieses Wunderwerk an Daten soll das symbolisieren. Das ist das Instrumentarium, das gehört dazu, aber es gehört natürlich dazu, dass wir besonders den kranken Menschen, den Patienten im Vordergrund haben. Und rechts ist natürlich das negative Szenario, wenn die Medizin sich nur mit den Daten und mit sich selbst beschäftigt und die arme Person hintendran vergisst, die die Hände reckt und sagt, ich brauche doch aber jetzt gerade Hilfe, dann macht die Medizin das auch nicht richtig, aber genau diese beiden Punkte müssen wir optimal miteinander abstimmen. Modernität in der Medizin, aber auch natürlich die Fürsorge für sie in der Situation. Damit, meine Damen und Herren, sind wir eigentlich am Ende dessen, was wir ihnen zeigen wollten. Und jetzt ist die Frage, gibt es noch Fragen von ihnen? Prima, also ein Zuschauer sagt, sehr wissenschaftlich, aber es hat er besser verstanden, neue Gedanken aufgenommen. Danke für die Rückmeldung. Ja, das sollte wissenschaftlich sein, damit, wie gesagt, sie auch wissen, worüber wir sprechen, wenn wir sie in den Sprechstunden sehen, wenn wir in den Sprechstunden konkret über Tumorerkrankungen und Tumormedizin sprechen. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten, wenn nicht, dann beginne ich schon mal, mich bei Frau Dr. Collien zu bedanken für die Teilnahme und ende damit, mich bei Ihnen zu bedanken für die Teilnahme hier an dieser Sprechstunde Altonab. Und wenn Sie weitere Fragen an uns haben, wissen Sie, wo Sie uns erreichen. Das ist im Ankündigungsplakat, sind die Kontaktdaten unten aufgeführt und bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Und wenn jetzt keine mehr da sind, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend. Frau Collien darf sich jetzt noch ein bisschen in Brüssel heute Abend rumtreiben und wir machen uns einen schönen Abend hier in Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.